Adventwunder Was mir heute passiert ist, ich kann es gar nicht fassen. Ein Autofahrer hat mich um mich gelassen. Auf Suppen und Schreien hat der Mensch ganz vergessen. Ist freundlich und still hinterm Lenkrall gesessen. Ich teute auf meinen Kopf, denn ich habe mich nur gewundert, dass es so etwas noch gibt in unserem Jahrhundert. Und noch was ist geschehen heute. Ich kann es gar nicht glauben. Der Baumeißl, wir sind ja bei uns wegen der Daumen. Er wohnt über mich. Und das boshafte Luder streitet Sommer und Winter am Fensterbredel vor da. Der grüßt mich heute scheißfreundlich. Göns, grauslich. Die Botzen. Ich führ da jetzt nur mal im Bock die Spotzen. Beim Becken hat mich eine vorlassen wollen. Meine Freundin ist gekommen, die Schulden mir zahlen. Die Straßenbahn bleibt wegen mir sogar stehen. Eine fremde Frau grüßt mich, ich habe es noch nicht gesehen. Wo sind wir? Was ist denn? Es weihnachtet sehr. Aber nur ein paar Tage und das ist es mal leer. So, jetzt ist es sich noch eine neue Teile. Jetzt ist es einen Dasen. So, jetzt ist es dann auch nicht mehr. So, jetzt ist es noch ein paar Tage. Und wenn es nicht mehr so oft haben, und es geht's nicht mehr so oft oder? Es kommt dann an die Ruhe. Und dann auch noch ein paar Tage. Und dann wieder so. Und dann noch ein paar Tage später. Und dann geht es wieder sicher. Und dann kann ich dir das noch nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020